Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal eine Sache, die ich ehrlich gesagt schon länger machen wollte, denn eines ist ja klar, die Serienmörder und all das, was ich in diesen Videos so bearbeite, das ist ja im Prinzip so das beliebteste Format auf diesem Kanal. Und ich merke auch, dass die Sachen, die sich da ungefähr so ein bisschen dran anschließen thematisch, also alles, was zum Beispiel bei Kerkleid Aufrichtung, Psychopathie und all diese Geschichten gehen, dass sich das alles bei euch größter Beliebtheit erfreut. Und natürlich ist dann die Frage, warum ist das eigentlich so? Das ist ja nicht nur hier auf diesen Kanal bezogen, sondern das sieht man eben auch so einfach allgemein, dass Mord, Totschlag, Psychopathie, Serienmörder und alles, was dann an Taten und Informationen zu diesen Taten dann so durchs Internet, aber auch in Serien und Filmen so einfach durch den Äther geistert, dass das einfach sehr, sehr viel Faszination beim Publikum auslöst und dass die Leute da sich wirklich kaum satt dran sehen können. Ich bekomme von euch relativ häufig irgendwelche Nachrichten wie, ja, wann kommt denn wieder ein Serienkiller-Video, ich habe jetzt die ganze Playlist fünfmal durch, ich habe das Drei-Stunden-Video jetzt insgesamt dreimal geschaut und so weiter und so fort. Ja, also das übt wirklich eine große Faszination auf euch aus und ich habe mir schon vor längerem mal gedacht, eigentlich müsste man mal kurz so ein Video machen, das einfach so ein bisschen aufgreift, warum das eigentlich so ist. Das können wir heute machen und zwar anhand eines Interviews, das ich gefunden habe. Das Interview wurde mit Professor Bandelow geführt, das ist ein eigentlich Angstforscher, also größtenteils auch habilitiert zum Thema Angststörungen und Panikstörungen und ist an der Uni Göttingen, ja, hatte ich auch indirekt schon mal mit zu tun. Das ist sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, was er da sagt in diesem Interview, denn es trifft im Prinzip genau das, was ich eigentlich auch schon hier so vermute. Mein Plan wäre also heute für dieses Video, ich gehe dieses Interview mit Professor Bandelow durch und füge an den Stellen, an denen ich noch ein bisschen was ergänzen würde, natürlich dann was hinzu, weil sonst wäre es ja einfach nur das Ablesen eines Interviews, das könnte ich dann einfach auch sonst verlinken und wäre dann ja nicht besonders ratsam, sich das anzuschauen. Gut, wir fangen einfach mal an, ja, warum übt das eigentlich so eine gigantische Faszination aus? Ich kenne das selber aus dem Bekanntenkreis, eine ehemalige Mitbewohnerin von mir, die hat sich zum Einschlafen zum Beispiel tatsächlich Autopsie angeschaut. Also ich weiß nicht, die Älteren unter euch werden das auf jeden Fall noch kennen, aus, ja, von damals von RTL 2, da lief das, geht es im Prinzip um Mordfälle und wie dann sozusagen, ja, die Ermittler dann durch DNA-Untersuchungen und, ja, Tatortbegehungen und so weiter diese Fälle dann aufgeklärt haben. Nicht nur irgendwelche krassen, spektakulären Fälle, sondern generell einfach irgendwelche Morde, die eben so passiert sind in den USA, meistens so 80er, 90er ungefähr. Gut, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Interview an, einfach deswegen, ja, weil das hier sich ganz gut anschließen lässt, das Interview wurde geführt 2014 und ich lese einfach mal die erste Frage vor, denn da geht es im Prinzip schon direkt ums Wesentliche. Psychopathen und Serienmörder tauchen in unzähligen Romanen, Filmen und Serien auf. Was fasziniert uns an ihnen? Und die Antwort von Professor Bandelow ist, ein guter Krimi lebt von dem Auf und Ab der Gefühle. Ab dem ersten Auftritt des Mörders wird unsere Angst systematisch aufgebaut. Schnapp mal am Ende die Handschellen zu, schüttet der Körper Endorphine aus. Also natürlich nicht von dem gefassten Täter, sondern eben wir, wenn wir diese, ja, Nacherzählungen oder in Serien das eben erleben, weil dann sich der im Prinzip halt auch der Kreis schließt. Also Anfang, die Tat, man hat Angst, später kommt dann das Happy End, ja, der Täter ist gefasst, oh, herrlich, ja, so. Also in der Fiene aus, die Faustregel für Krimi-Macher ist, je größer die Angst, desto stärker die Glücksgefühle der Zuschauer und Leser und dazu braucht es schon einen brutalen Mord samt Pathologen, Spurensicherung und einer Portion Maden in der Leiche. Das erklärt den Trend zu besonders brutalen Serientätern auf der Leinwand oder in Romanen. Ja, ist im Prinzip so. Habt ihr schon mal irgendeinen so halbärschigen Serienmörder in irgendeinem Film oder in irgendeiner Serie gehabt? Nein, eigentlich nicht. Oder das sind vielleicht immer die schlimmsten. Und selbst, ich meine, da schließt sich der Kreis halt auch was wieder, bezogen auf das, was ich hier mache. Die Serie heißt ja nicht umsonst oder das Format heißt ja nicht umsonst die schlimmsten Serienmörder oder die brutalsten Serienmörder der Welt, ja. Ja, warum? Weil die, die halt einfach nur zwei Leute irgendwie im Laufe von 50 Jahren einfach mal den einen und dann den anderen irgendwann umbringen, das juckt halt eigentlich keinen. Man will die schlimmsten Fälle, weil das die größtmögliche Angst, das größtmögliche Unbehagen auslöst. Und interessant ist dann natürlich auch, wenn ich mal so überlege, dass eins der Kriterien, weil ich bekomme ja auch oft Vorschläge von euch, nimm doch mal den oder nimm doch mal den. Ich habe ja so eine Liste von etwa 32, mittlerweile sind es noch mehr. Wir sind ja bei Fall 19 jetzt, glaube ich. Und ich habe eine Liste mit 32 und im Laufe der Zeit kamen immer wieder mal Tipps von euch. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei 38 oder so. Aber eben auch nur die wirklich schlimmen. Da ist keiner dabei, der irgendwie so ein bisschen, ja, hier mal, da mal, aber nicht dramatisch, ja, nicht aufsehenerregend. Alles immer die möglichst schlimmsten. Warum? Weil das eben interessant ist. Man will diese Abgründe, man will nicht einfach so aus dem Fenster im ersten Stock schauen. Nein, man möchte in den Abgrund starren. Ich glaube, das ist wirklich die Faszination daran. So, dann nächste Frage. Gibt es in den Biografien von Serientätern Parallelen? Das könnte ich auch beantworten. Natürlich gibt es die. Also das seht ihr alleine, wenn ihr schon ein paar Fälle von meiner Serienkiller-Reihe seht. Also es gibt eigentlich sehr viele Parallelen. Wir gucken jetzt erstmal, was er hier antwortet. Ja, und dann werde ich das vielleicht noch ergänzen, wobei ich mir jetzt nicht anmaße, hier mehr zu wissen. Aber rein von dem, was wir eben so gesehen haben, also ich gehe mal davon aus, dass ihr die alle gesehen habt, kann man natürlich was ergänzen. Also seine Antwort ist ja, die gibt es zu der Entwicklung von antisozialen Persönlichkeiten, also solchen Menschen, die gesellschaftliche Normen missachten, gibt es zahlreiche Untersuchungen. 60% macht dabei wohl die genetische Vererbung aus, 40% beeinflussen Umweltfaktoren, also Erziehung zum Beispiel. Wenn schon die Mutter antisoziale Tendenzen zeigt, ist das häusliche Umfeld auch gleichzeitig nicht das Beste. Es gibt aber Serientäter, die in einem geordneten Elternhaus aufgewachsen sind, wie zum Beispiel Jeffrey Dahmer, ein amerikanischer Serienmörder der 80er und 90er Jahre. Seine Eltern haben sich zwar scheiden lassen, aber da war er bereits volljährig und hatte schon mehrere Morde begangen. Ich würde ehrlich gesagt noch ein paar andere Sachen ergänzen. Ich meine, er hat jetzt Jeffrey Dahmer hier so als Beispiel aufgeführt. Ist natürlich ein gutes Beispiel, weil es eben genau das illustriert. Ich meine, er geht ja hier auf diese genetische Komponente und eben, also eigentlich sagt man ja, es ist immer ein Zusammenspiel aus biopsychosozialen Faktoren. Ja, also biologisch, genetisch eben, was halt eben vererbt wird, dann eben wie du aufwächst und dann eben andere Dinge, die zum Beispiel, ja, sich einfach im Leben ereignen. Schicksalsschläge und so weiter. Bei Jeffrey Dahmer war es ja auch so, dass er homosexuell war, dass das erhebliche Probleme zur damaligen Zeit für ihn bedeutet hat. Und andere Sachen, ja, dann generell einfach wie so ein Fetisch quasi für ihn entsteht. Also man darf nicht vergessen, dass es im Grunde so ist, dass Leute, die, also Täter, die Serienmorde begehen, halt oft sehr oder sehr oft auch Sexualmörder sind. Und wenn dieses Morden halt so einen bestimmten sexuellen Kick hat, dann ist das halt, also noch prädestinierter, um dann komplett zu eskalieren. Weil jeder, der schon mal Geschlechtsverkehr hat, weiß, wie das läuft. Ja, also nicht Richtung Mord, aber ihr wisst, was ich meine, dass halt da Hemmungslosigkeit und Kontrollverlust gewissermaßen mit zum Ding gehört. Ja, also man kann natürlich auch mechanisch vor sich hin machen und dann ist irgendwann gut. Aber das hat ja nichts mit Qualität zu tun. Ja, ich meine, da sage ich euch nichts Neues, hoffe ich. Ja, das ist soweit eben das Ding. Ja, gute Antwort auf jeden Fall, wenn man jetzt halt diesen Unterschied zwischen genetischen Faktoren und den Lebensereignissen oder der Erziehung zum Beispiel, oder den sozialen Faktoren halt irgendwie herausstellen will. Man hätte das ein bisschen ausführen können, aber gut, das ist halt natürlich ein verkürztes Interview. Nächste Frage. Fallen die Täter schon in der Kindheit und Jugend durch ihr Verhalten auf? Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das nachträglich bearbeitet haben, weil ich könnte mir vorstellen, das wäre auch das Erste, was ich geantwortet hätte, ist, dass natürlich da Gemeinsamkeiten allgemein bestehen. Ja, also dass zum Beispiel die eben auch in der Kindheit schon früh auffällig werden und dass zum Beispiel auch solche Sachen wie ja schon Gewaltanwendung im Kindesalter, Brandstiftung, Tierquälerei, dass das so Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Wirkt irgendwie fast so, als hätte man das im Nachhinein jetzt nochmal mit so einer Zwischenfrage nacheditiert, aber sei es drum, lassen wir es einfach mal hier. Fallen die Täter schon in der Kindheit und Jugend durch ihr Verhalten auf? Bei 50% der Gefängnisinsassen mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen, APS, lag in früher Kindheit das ADHS-Syndrom vor. Im Alltag fielen sie als Kinder zuerst durch Gewalt gegenüber anderen Kindern auf, ja, hatte ich gerade schon gesagt. Später kamen häufig noch sexuelle Belästigung von Mitschülerinnen dazu. Ein typisches Phänomen ist auch die Tierquälerei. Mensch, als hätte ich das vorher schon gelesen. Menschen kommen für sie oft früh noch nicht in Frage als Opfer. Ja, es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel, wie hieß sie nochmal, Mary Flora Bell, glaube ich, die ja schon mit elf Jahren Morde begangen hat und also auch da schon wirklich als Mädchen halt wirklich schwerwiegend psychopathische Züge halt schon gezeigt hat. Also das ging ja auch bis dahin, dass sie wirklich dann auch so die Angehörigen des Opfers so belästigt haben mit irgendwelchen Anrufen und so, wenn ich mich jetzt nicht richtig entsinne, dass sie halt auch gefragt haben, ja, vermisst du eigentlich dein Kind, Klammer auf, dass wir ermordet haben, Klammer zu. Also sowas, ja, das, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist das, beschränkt sich das halt wirklich auf sehr viel Schwächere, die sich halt nicht wirklich wehren können. Das war in dem Fall ja auch im Grunde so ein Kleinkind, aber im Normalfall sind das Tiere, also Tierquälerei und so weiter und eben da probiert man sich eben aus, ja, die gesellschaftlichen Grenzen sind eben gesteckt und die dann zu überschreiten, ohne echte Konsequenzen zu spüren, ist natürlich dann das, was Kinder mit solchen Persönlichkeitszügen machen. Wobei man natürlich auch festhalten muss, dass echte Psychopathen schon mal gar nicht, aber auch Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung aus Bestrafungen auch nicht lernen würden. Das ist das Nächste. So, jetzt hier die nächste Frage. Lässt sich das Bedürfnis nach weiteren Morden mit einer Drogensucht vergleichen? Das ist eine sehr interessante Frage. Mal schauen. Ja, auf neurobiologischer Ebene ist das vergleichbar. Ein Mörder hat einmal gesagt, das Töten wäre wie das Schneiden von Fußnägeln. Am Anfang macht man es widerwillig, komischer Vergleich, später will man nicht mehr damit aufhören. Das Gefühl von Macht über ein wehrloses Opfer ist so stark, dass sich Serientäter kaum noch zurückhalten können. Ja. Wird auch ziemlich gut bei Richard Ramirez beschrieben, dass er da auch wirklich in so regelrechte Rauschzustände fast schon gekommen ist, wenn er Macht über andere ausüben konnte. Also, da war das natürlich auch sehr eng verwoben mit dem Sexuellen, wobei viele auch argumentieren würden, so was ist eben auch, also, Machtausübung ist in dem Moment eigentlich immer sexuell motiviert. Also, darum geht es da im Grunde bei solchen Tätern halt wirklich sehr, sehr oft. Und oft eben auch, weil sie vorher nie Macht ausgeübt haben, sondern zum Teil selbst vorher Opfer waren. Ja, auch so ein Punkt. Es schlummert in jedem von uns etwas Böses. In der Geschichte der Menschheit wurden Dominanz, Macht und Aggressivität immer durch eine Endorphinausschüttung im Gehirn belohnt. Ja, das ist also, allein entwicklungsbiologisch ist das schon natürlich ein Punkt. Also, wenn du dich durchgesetzt hast gegen andere, natürlich mit Aggression, wobei Aggression in dem Fall gar nicht irgendwie wertend gemeint ist, sondern allein aggressives Auftreten wird belohnt, weil du dich quasi in der eigenen Spezies natürlich durchsetzt gegen Schwächere. Und das natürlich, ja, den Fortbestand deiner Gene sichert in irgendeiner Form. Wenn du in der Ecke sitzt und halt nichts machst, dann kommt es nicht dazu. Also, das ist allein entwicklungsbiologisch natürlich schon ein Punkt belohnt. Und wer bei der Mammutjagd besonders mutig war, wurde schneller Amtführer, bekam die schönsten Frauen und konnte so seine Gene in die Welt verbreiten. Antisozial zu sein, ging mit einem Überlebens- und Fortpflanzungsvorteil einher. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Ich glaube trotzdem nicht, dass jeder von uns etwas Böses in sich trägt. Es braucht schon Extremsituationen wie Kriege oder mehrere Krankheiten, um normale Menschen zu mördern werden zu lassen. So, nächste Frage. Wie hoch ist die Frauenquote unter Serienmördern? Frauen begehen nur 6 bis 10 Prozent aller Gewaltverbrechen in diesem Rahmen. Bewegt sich auch die Frauenquote unter Serienmördern. Dieser geringe Anteil lässt sich entwicklungsgeschichtlich erklären. Aufgaben der Frauen waren eher das Versorgen der Kinder, das Sammeln und Verarbeiten der Nahrung. Die Fähigkeit zu jagen oder Menschen zu töten war hingegen eher zweitrangig. Ja, man hätte an der Stelle vielleicht auch noch einfügen können, dass Frauen allgemein, wenn sie morden, meistens nicht diese brachialen Methoden wählen. Also, das sieht man auch, wenn man sich wirklich weibliche Serienmörder anschaut. Die meisten von denen morden wirklich entweder mit Gift oder Schusswaffen maximal. Eileen Warners zum Beispiel, wobei ich glaube, die hatte auch andere Methoden gehabt. Also, es war eh so ein desorganisiertes Deal sowieso. Also, auch in der Wahl der Methoden und dem Modus Aporandi. Aber so dieses Ding, jemanden erdrosseln, jemanden erstechen, alles, wo du so wirklich nah am Mann bist, sage ich jetzt einfach mal. Das ist in der Regel eher eine Vorgehensweise, die man bei männlichen Serienmördern oder bei männlichen Mördern allgemein findet. Frauen machen das eben, wie gesagt, auf andere Art und Weise. Lässt sich wirklich an vielen, vielen Fällen beobachten. So, nächste Frage. Was fasziniert Frauen an den Tätern? Gerade Serienmörder bekommen ungewöhnlich viele Liebeserklärungen im Gefängnis. Ja, Stichwort Richard Ramirez, ne? Dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Einer davon ist das sogenannte Rotkäppchen-Syndrom. Diese Frauen empfinden eine krankhafte Faszination für das Animalische. Ihre Liebe setzt das intelligente Gehirn außer Kraft und die Frauen suchen nur noch nach starken Alpha-Männchen. Eine weitere Erklärung ist das Amiga-Syndrom. In Klammer, aber meiner ist ganz anders. Die grausamen Taten des Mörders schreiben die Frauen dabei unglückseligen Zuständen zu. Also, ist im Prinzip eine Attributionsgeschichte. Ja, also warum tut jemand was? Ach, der hat ja eine schwere Kindheit gehabt. Ach, der ist aber eigentlich gar nicht wirklich so. Das kennt man auch aus anderen Kontexten. Die grausamen Taten des Mörders schreiben die Frauen dabei unglückseligen Zuständen zu oder Umständen zu. Liebe oder Glaube könnten ihn retten und aus ihm wieder ein rechtschaffendes Wesen machen. So ihre Überzeugung. Ja, das ist halt das. Und leider werden eben exakt diese Frauen dann eben nicht selten auch zu Opfern. Nicht unbedingt jetzt bei Serienmördern, weil die sind ja dann meistens schon im Gefängnis und kommen da auch nicht mehr raus. Da zum Opfer zu werden ist dann schon fast schwierig. Aber allgemein, es gilt ja für wirklich jede gewaltvolle Beziehung in irgendeiner Form. Ja, also dann auch so dieses, naja, okay, der schlägt mich jetzt, aber eigentlich ist der ja nicht so und dann bleibt man in der Beziehung. Also das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Das kann man in dem Moment jetzt nicht vergleichen, aber es spielt in der gleichen Liga, würde ich sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass da jetzt eher sowas Richtung Stockholm-Syndrom und sowas wie, naja, die Beziehung zum Beispiel zwischen Natascha Kampusch und ihrem, ja, ihrem Vergewaltiger, dass sowas jetzt beschrieben wird. Kann man ja auch als psychopathisch eigentlich beschreiben, was da ablief von seiner Seite aus. Wir reden hier nicht von Serienmördern, weil da gibt es ja in dem Zusammenhang nicht dieses permanente Zusammenleben oder sowas. Das sind ja Leute, die da hingekommen, einen Mord begehen oder vielleicht so eine Geiselsituation haben von ein paar Stunden. Aber im Endeffekt reden wir hier von einem anderen Punkt, ja, ist ja klar. Also Antwort, die Opfer leiden unter den ständigen Quälereien des Psychopathen. Diese tägliche Angst, ja, das ist das, was ich meinte, um das eigene Leben sorgt für eine drastische Verschiebung der Wahrnehmung. Es entstehen starke Bindungsgefühle zum Täter, vergleichbar mit dem Verhältnis zwischen Säugling und Mutter. Auch ein Baby ist wütend, wenn die Mutter davon geht. Das Baby kann ja schließlich nicht wissen, dass sie nur die Milchflasche erwärmen will. Gleichzeitig bleibt sie eine wichtige Person, für die das Essen und damit für das Überleben sorgt. Die Todesangst des Opfers macht auch den Täter zu einem Versorger, der ihm Essen bringt. Einfach ausgedrückt lautet die Strategie der Opfer, Quälereien kann man überleben, aber Hungertod nicht. Das ist eine schwierige Formulierung. Ich hätte mir gewünscht, dass man das eher so Richtung Stockholm-Syndrom beschreibt und vielleicht dadurch erklärt, dass natürlich ein Opfer, das sich komplett mit dem Täter solidarisiert, sozusagen insgeheim versucht, das ist so der unterfällige Appell, sage ich mal, zu sagen, guck mal, ja, du hast jetzt hier die Gewalt über mich, aber eigentlich sind wir ja so auf der gleichen Seite. So, du brauchst mir gar nichts tun, weil im Zweifel helfe ich dir sowieso. Das ist einfach eine Überlebensstrategie dann für die Opfer in dem Moment. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ja wirklich dann in solchen Extremsituationen sich die Wahrnehmung halt irgendwie hier eben auch steht, verschiebt. Also, dass man wirklich sagt, die Person, die mir hier am gefährlichsten wird, ist eigentlich mein Verbündeter und zwar deswegen, weil man seine Verbündete eben nicht angreift oder im Zweifelsfall tötet, sondern auf den Verbündeten baut man und wenn der merkt, dass ich mit ihm verbunden bin, dann tut er mir auch nichts oder weniger oder dann komme ich hier vielleicht noch lebend raus. Also, das wird dann relativ basal, was so diese Überlebensgeschichten angeht. Lässt sich natürlich jetzt nicht auf andere Situationen übertragen. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch wirklich bei einem Serienmörder so wäre. Wie gesagt, da muss schon eher so eine Art Geiselsituation oder langanhaltendes Zusammenleben sozusagen zwischen diesen Personen stattfinden. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Konzept der gelernten Hilflosigkeit, ist eben, wenn man wirklich merkt, man kann halt nichts ausrichten und dann lässt man Dinge einfach komplett über sich ergehen. Also, man versteht irgendwie mehr oder weniger automatisch, dass man keinen Einfluss auf die Situation oder auf diese Person hat, die die Situation steuert und ergibt sich dann sozusagen. Ja, also das ist wohl eher der Punkt, der hier vielleicht mehr Sinn macht, das so zu beschreiben. Gut, ja, ich hoffe, das hat euch jetzt hier ein bisschen so die Augen geöffnet. Also, es wurde sogar ein bisschen mehr in diesem Interview beantwortet, als wir eigentlich ursprünglich so als Ausgangsthema hatten. Relativ interessant finde ich hier zum Beispiel, dass Professor Bandelow ja eigentlich von beiden Seiten kommt. Ein so ursprünglicher Angstforscher beschäftigt sich aber gleichzeitig mit Psychopathie. Das sind natürlich genau die beiden Punkte, die von Opfer- und Täterseite in dem Moment aufeinander prallen. Deswegen auch die Expertise und deswegen auch der Punkt, dass ich dieses Interview hier mit reingenommen habe in das Video. Falls euch das irgendwie interessiert, könnt ihr das selber nochmal an der Stelle durchlesen. Ich verlinke das im Top-Kommentar. Und genau, das soll es an der Stelle gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt ihr gerne in die Kommentare. Ich beantworte das dann entsprechend. Und dann sehen wir uns. Haut rein. Vielen Dank.